So! Äh, sieht das für dich nach einem Problem aus? Da ist sie! Die Mutter aller Asteroiden! Rast auf uns zu! Darf ich mal diesen Sommer? Das ist unser Untergang, Mark! Keine Panik! Diese Tafel enthält den Schlüssel! Wir gehen zur Absturzstelle, suchen kosmische Hinweise und überlegen, wie wir das verhindern können! Welcher Blödmann denkt, er könnte einen Asteroid aufhalten? Crush und Eddie angetreten in Reihe und Glied! Glied? Das Ende der Eiszeit! Während ihr um euer Leben rennt, schwebt wir da oben am Himmel in Sicherheit, genau wie die Vögelchen dort! Glückstreffer! Alter Schwede! Ist erst der Beginn! Wo sind wir hier? In Geotopia! Einer neuen Zeit! Die Lösung zur Rettung der Welt ist hier! Shangri-Lama, kannst du uns helfen? Ja, aber zuerst! Herabschauender Hund! Albenes Huhn! Wackliger Pudding! Breige Kartoffeln! Kann mir mal jemand helfen? Meine Nase ist gefährlich nah an meinem Po! Von 20th Century Fox und Blue Sky Studios! Also dann, auf geht's! Sind das etwa die Typen, die die Welt retten sollen? Wir sehen echt cool aus! Wie Ninja! Wusste nicht, dass auf die Fresse fallende Strategie ist! Das entscheidende Kapitel! Wir haben Superkräfte! Der eisigsten Filmreihe aller Zeiten! Du bist der Wind unter meinen Flöhen! Die Algen in meinen Augen! Ich hab Schmetterlinge im Bauch! Mir wird ganz schlecht! Lasst meine Herde passieren! Das hat nie hin! Ihr werdet schon sehen! Wir stoppen das Ding! Bada bing, bada boom! Vergesst das mit dem Boom! Ice Age Kollision voraus! Wie ist das? Gleich für dich im Bauch! Dich! Was ist jung, wenn es ein Ab Doo und ich mache? Vielen Dank.